Die Staffel war voll super. Ich bin zwar nicht ganz so gut gelaufen am Schluss, aber gemeinsam mit dem Team haben wir es ganz gut gemacht. Ja, voll cool, weil man halt auch oft eigentlich nur alleine startet und für sich alleine so kämpft. Und als Team ist es dann schon immer cool, wenn wir dann gemeinsam da auftreten können. Das Ganze im Team ist wirklich super, wie bei den Olympischen Spielen und so stelle ich mir auch eine Staffel von Olympia vor. Es war voll cool mit dem Team, weil wir sind ein sehr gutes Team und wir verstanden uns alle voll gut und es war voll cool zum 400er zum Rennen.